Wie sieht das aus? Wie schnell entwickelt sich was? Allein mal die Prozesse in der Atmosphäre. Da geht das, innerhalb von 30 Minuten kommt eine kleine Quellwolke, Cumulus homilis, kommt und geht, dann kommt ein Cumulonimbus capillatus incus. Ja, das ist die Gewitterwolke. Kommt die Gewitterwolke, drei Stunden lang, oder Altocumulus transluzidus perluzidus. Manche sagen total umständlich Schäfchenwolke.